Hörspiel und Retro-Fan und noch kein Abo, das geht gar nicht. Klick und willkommen in der Community. Oh, das ist toll. Oh, das perlt jetzt um den Weg, ey. Oh, das perlt jetzt um den Weg, ey. Oh, das perlt jetzt um den Weg, ey. Was denn? Was atmest du denn schwer? Ey, komm. Das ist wirklich was denn? Ich gucke dir in meine Kühe. Und jetzt musst du zur Strafe, musst du schlingen. Ich gucke dir nix mehr raus. Ich gucke dir, ob der SS-N-Lights in deutscher Fernsehen. Ich gucke dir, mein Name ist Kevin Kuhn. Ich gucke auch, schreit mir jetzt, schreit mir hier ein Geschenk, Kevin Kuhn. Ich setze dich alle dafür an, dass er mit sich so gut geht. Ich gucke mal, was denn, wieso er hat auf den meisten Kühe geschossen? Soll nicht verklaut zu werden, oder was? Die Kühe, der ist nicht so, dass ich mir nicht sagen kann. Ich gucke mir auch gleich, ich verteile ihn, aber keine. Ich gucke dir. Nein, 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 nein. Alles so altehrwürdig, mit Holz, wie es eben früher so gewesen ist. Da hat sich, glaube ich, auch nicht viel verändert. Also hier diesen Türktürf hat er berührt. Ist schon schön, wenn man an diesen Orten ist, wo so große Menschen tätig waren. So, sehr, sehr retro angehaucht, das Mönkeberghaus in Hamburg. Wir sind jetzt einfach mal hier rein spaziert. Hier wurde garantiert Geschichte geschrieben. Ja, oder recherchiert ihr mal, Mönkeberghaus in Hamburg. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020